So, Bene Saller jetzt bei mir, Geburtstagskind, ein nachträgliches Geschenk, morgen wäre natürlich ein Dreier gegen Braunschweig, oder? Ja, absolut, ich glaube, das würden sich viele hier wünschen, dass wir am Samstag unseren ersten Dreier daheim einfahren und mich würde es auch sehr freuen. Wie schätzt du die Eintracht ein? Ja, ich glaube nicht, dass sie zu Unrecht letztes Jahr da um die Relegation, um die erste Liga gespielt haben. Ich glaube, es ist ein großer Name, ein guter Gegner und ja, es gilt alles dagegen zu halten. Jetzt noch rückblickend auf vergangenen Mittwoch gegen Fortuna Düsseldorf. Was sagst du zur Leistung der Mannschaft und auch zu deiner eigenen Leistung? Ja, ich glaube, wir haben als Team ein richtig gutes Spiel gemacht, haben uns leider nicht belohnt am Ende. Ich glaube, ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Ja, zu meiner Leistung. Ich war froh, dass ich mal wieder gespielt habe. Ja, ich glaube, ich habe der Mannschaft auch helfen können. Ja, ich glaube, am Wochenende zählt es wieder und dann geht es rund.